Das eigentlich Spannende an der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist die Lebendigkeit. Die Lebendigkeit, die wir bei den Patienten sehen, was durch eine schwere Erkrankung aber in sich gebremst und ausgebremst wird. Wir versuchen in einem multiprofessionellen Team gemeinsam diesen Patienten zu helfen und aus dieser Klemme wieder heraus zu helfen und gemeinsam mit dem Patienten und deren Eltern, deren Familien eine Lösung herbeizuführen. Eine wichtige Herausforderung in dem Fach der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie ist die Belastung durch die Schicksale der einzelnen Patienten, die man irgendwie mit sich und seinem eigenen Seelenleben in Übereinklang bringen muss. Mein Name ist Nikolaus Barth, ich bin der ärztliche Leiter der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am LVR-Klinikum Bettburg-Hau und wir versorgen mit stationären und teilstationären Betten und zwei großen Ambulanzen, psychisch Kranke, Kinder und Jugendliche. Wir Kinder- und Jugendpsychiatrie behandeln Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis junge Erwachsene 21 Jahre mit ihren psychiatrischen, teilweise schweren Erkrankungen, unterstützen sie in der Gesundung und bei der Rückführung in ihr Leben, was Schule, Berufsausbildung, aber auch in deren Familien bedeutet. Meine Aufgabe als ärztlicher Leiter ist die Führung von Teams, die Koordination von unterschiedlichen Aufgaben, unterschiedliche Professionen zusammenzuführen, man nennt das multiprofessionelle Teamarbeit und diese Teams gemeinsam zum Wohle unserer Patienten zu führen und zu leiten. Für die Kinder- und Jugendpsychiatrie muss man erstmal ein Medizinstudium absolviert haben und anschließend den Facharztausbildungen für Kinder- und Jugendpsychiatrie beginnen, die sowohl psychotherapeutische Techniken, Umgang mit Medikamenten, aber auch Umgang mit betroffenen Familien lernt und direkt anwendet. Wenn man dann Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie ist, nach fünf Jahren, kann man eine Oberarztstelle und von der Oberarztstelle dann auch gerne in Leitungspositionen weitergehen. Das ist so die Karriereleiter wie in jeder Klinik auch. Wichtig für die Kinder- und Jugendpsychiatrie ist ein gewisses Empathieverständnis für seinen Patienten zu entwickeln und Freude an dem Arbeiten mit den Patienten und deren betroffenen Familien zu haben.